Mode-Trends der Germanen. Grossen Wirbel machten die Männer um ihre Haare, die sie mit ihrer Allzweckwaffe, dem Kamm, ausgiebig frisierten. Das Haarpflegemittel Nummer 1 war Butter. Dass sie nach einiger Zeit anfängt zu stinken, interessierte nicht. Besonders beliebt war der Suebenknoten. Dabei wurden die Haare an der rechten Kopfseite zu einem Knoten geflochten. Erst ein Erkennungszeichen unter Sueben, später ein Mode-Hit auch bei anderen Stämmen. Zum Arsenal der Schönheitshelfer gehörten auch Pinzetten und Ohrlöffelchen. Der Kulturbeutel ist prall gefüllt. Untertitelung des ZDF, 2020